Hallo, da heute so schönes Wetter ist, haben wir gedacht, wir fahren ein bisschen an den Rhein und nehmen euch auch ein bisschen mit. Sag mal Hallo Luisa. Hallo. So, jetzt sind wir angekommen, dann gehen wir jetzt mal zum Spielplatz. Und jetzt gehen wir Maschel sammeln. Ja, da gehen wir auch ans Wasser. Oh, da kann man nicht schüllen. Also da kann man nicht baden. Da ist es kalt. Viel zu bald. Da kann man viel zu akkrieren. So, da wir in letzter Zeit extrem viele Unwetter hatten bei uns und extrem viel mit Hagel und Regen, können wir heute leider hier keine Muscheln sammeln, weil es gibt nichts mehr. So hohes Wasser hier ist der Wahnsinn. Das ist ein Handy noch. Das ist extrem Unwetter bei uns gewesen. Ganz schlimm. Du bist für den Kopf, der Wille ist hier. Bist du so? Da bei uns. Dann bist du so, ja. So, jetzt haben wir, wenn wir uns hier noch edgesenken, schließlich sind, wenn wir uns hierher aussehen was. Und wir können auch hier, wenn wir uns hierher aussehen haben. Bis dahin, wenn wir uns hierher aussehen Nelson-Güß haben. Ble карst du Druck, wenn wir uns hierher aussehen. Aber dort nur schon einmal aussehen. Dimmbekannt, wenn wir uns hierher aussehen, Sperren auch nennen, was immer wieder aussehen. Das geht beim Geld. Das ist eine Mom-Güßung. Musik Was? Rutsch? Und da? Oder Füße? Aber was geht denn hier bei uns? Ich habe eine schöne Ausdruck und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt So, jetzt sind wir vom Spielplatz zurück und was machen wir jetzt? Eins essen! Eins essen! Lecker! Na, 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 na So, wir sind jetzt noch ein bisschen spazieren Ja, und jetzt gehen wir nach Hause So, wir haben uns noch spontan entschieden Entschen zu füttern Das macht die Luisa nämlich total gerne Und jetzt seht ihr, da sind sogar so ganz kleine Entschen zu füttern Kannst du das nicht füttern? Entschen, ich fang jetzt einfach! Entschen, ich fang jetzt einfach! Nur aufpassen, dass du nicht reinfällst Und kleine Stücke, ne? Oh, wie süß! Ganz, ganz klein Und peinlich Oh, wie süß! Oh, wie süß! Oh, wie süß! Oh, wie süß! Ich hab noch nicht so süß! Mama, da ist die hässliche Ente Ja, Luisa sagt immer, dass sie eine hässliche Ente da hinten sieht Oh, wie sie nicht so sonderlich schön aussieht Oh, wie süß! Nicht so große Stücke, nur kleine Kleine Stücke, ne? Total süß! Oh, wie süß! Und jetzt, dass du noch da runterfällst Oh, wie süß! Oh, wie süß! Oh, wie süß! Oh, wie süß! Ja, ich musste viel kleiner sein! Halt mal kurz fest! Also, wundert euch nicht! Mein Mann ist heute nicht dabei, dass du nicht alles alleine filmst und es ist übrigens nur dieser im Bild Oh, wie süß! Ja, wir machen mehr Brot! Ja, es macht rot! Oh, dankeschön! Ey, das ist von mir! Nee, von dir, das ist in der Tüte! Jetzt kommen sie alle an! Ja, schmeiß rein! Ja, die kommen ganz ruhig! Ja, alles gut! So, jetzt gehen wir noch ein bisschen spazieren, was hier ist immer so schön. Hallo, wir können in unseren Kanal, in unseren Spielkanal. Ihr wisst ja, wie wir das machen können. Wir gehen jetzt auch ein bisschen auf den Spielplatz und wir haben jetzt die Enten gefüttert. Küken, große Enten und der Papa, die Mama und auch Papas und Mamas. Immer ganz schön hier. Oh, können wir mal da hinten gehen? Ja, da kommt, gehen wir mal gucken. Links ab. Das war jetzt hier ein kleiner Bach. Und wenn die Frühstückteile sind, dann können wir die Isabel auch auf die Flüsse rein. So, jetzt sehen wir noch mal beim anderen Spielplatz. Jetzt sehen wir noch mal beim anderen Spielplatz. Und ich schaukel gleich mit der Mama. Hallo, ich kann schon ohne Handy. Guck, tada. Ja, schön. Das ist sehr cool. So, ich schaukel jetzt auch noch ein bisschen mit der Lisa. Das macht Spaß. Wann, ich habe mal mein Handy. Auch voll. Jetzt sind die Schufzen. Ich kann nur noch ein bisschen wegsuchen. Alles, was ich weiß, war es nicht. Also, wir müssen hier wieder beraten. Ich kann nur das, was ich in einem Rollstubbocken. Also, es ist eine Schufzenhafte. Das ist etwas Schufzen. Ja, das ist ein Schufzen. Das ist ein Schufzenhafte. Das ist ein Schufzenhaus als Schufer. Oh, oh, das ist ein Schufzen. So, ich kann nur noch mal so gut. Musst du ja nicht. Fühl mal, ob es kalt ist, das Wasser. Fühl mal. Kalt? Ich fühle mich noch. Fühl mal. Ob ich da noch reinfalle. Ne, fühl mal eine Seite, ob es kalt ist. Kalt! Kalt? Kalt! So, jetzt gehen wir wieder langsam nach Hause. Schaut mal, so heftig war bei uns das Unwetter, dass die Bäume sogar schon umgefallen sind. Echt heftig hier gewesen. So, wir sind wieder zu Hause angekommen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!